Dieses zu veräußernde renovierungsbedürftige 5-Zimmer-Einfamilienhaus steht in Goldberg. Das im Jahr 1986 erbaute Objekt wird über eine Öletagenheizung beheizt. Es hat einen Keller. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1774 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 118 Quadratmetern. Das Haus steht für 60.000 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal! Schönen Tag! Gehaltsυχ spot! Bis zum nächsten Mal.